Einmal herzlich willkommen zurück zu einem Video in unserer S22 Changes mit mir, dem Jay Gamer. Moin! Mit dem Wabi! Hallöchen! Und mit dem 2. Ball verbauten mit 600M. Mit 620M. Die Tour ist noch wahr, dann stehe ich mal noch eine, dann sind wir fertig. Und ja, wie gesagt weiß ich auch noch Schleppier, ich glaube eher weniger. Ah doch. Geil. Ja. Äh, ich hab noch aufs grünes Feld fertig gemacht, das Feld 51, oder? Hab ich fertig noch angesehen. Ja. Äh. Wir müssen wir ihn jetzt gleich umsetzen auf die... Die... 5. 5. Oder? Ich weiß jetzt halt nicht. Wenn ich jetzt die 12 Meter drille ohne... Ohne... Dings... B... Dings... Scheiße hier nehme. Genau. Ich würde auch sagen. Äh... Ist jetzt die Frage da... Äh... Ohne... Ohne direkt sagt man... Jetzt aber. Äh... Ist die Sache... Geht das mit der... Dass die weniger... Äh... Äh... Ähm... Gras verbraucht? Oder? Oh, du brauchst doch nicht viel Kurs. Ja, genau. Du brauchst ja fast nix. Dafür hast du eine LU. Was? Äh... Äh... Gibt es eine LU auch hier? Äh... Würde ich mich jetzt auch gerade fragen. Muss mal anrufen, vielleicht kommt der hierher. Warte. 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 Hallo? Äh... Könnten Sie vorbeikaufen? Ich habe noch ein Feld zu ansehen. Begras. Nix hat gut. Nix hat gut. Ah, ok. Einen neuen Jahr, meine lieben Freunde. Na... Ab dieses alte Jahr, fertig? Den Kopf? Und seelisch? Metallisch? Bei mir noch nicht, ne? Ah, ok. Tch. Und, äh... Wie fühlt ihr euch im neuen Jahr? Äh... Immer noch genau. Haha. Wissen Sie in der Vorproduktion, Leute? Wie ist? Es kann ja sein, dass jemand weg muss, weil... ich weiß da. Hm. Deshalb... Leute, sind wir... Ein bisschen in der Vorproduktion. Ich gehe jetzt nur anbetiteln... Äh... Müssen wir noch... Ähm... Was? Google hat mir gezwitschert, acht Folgen, äh... Roleplay-Farmers aufnehmen? Was? Boah! 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 Du hast nicht gesagt, oh, willst du jetzt schon wieder auffallen? Jetzt auch. Hehehe! 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 Ja, dann werde ich immerhin fertig. Hehehe! So... Gut! Ich war das nicht so gut! Aber... aber, aber, aber... Nee, das darf ich nicht sagen! Hehehe! Oh... Ja, nee, also... Vielleicht... Also, lieber einfach. Kommt, der nächste dabei vernünftiges Punkt. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mit der 12m Drille... ihr probiert los ich lege los keiner hält mich am böden das war jetzt im mix aus die eiskönigin und astronaut und das video oder andere das war ja ich weiß dass ich talentiert bin das müsst ihr nicht mehr sagen was denn was denn ob es ich hätte da wohl schon nichts gesehen ob es videos bedienen von fels waren als also sorgen das darf ich mitten über den pferd für dich nett du sauknochen du bist ich auf jeden fall eine schöne feldform dann hugel da eine glatte ecke der nobel ja genau ich wollte im glück seht ihr das nicht ich sag's jetzt auch lieber nicht nein alles gut ich sehe das noch nichts gesehen ansehen weil nicht mal meine zuschauer wo das sehen haben das gesehen so naja wir müssen uns mehr auf vier und halb Minuten ganz so eine Sache und im neuen Jahr ich wollte den tiefen lockerer anschalten ich wollte ihn nicht nur runter lassen ich wollte ihn anschalten also dann wundert ob es das angeht heimkursche Sache ob der geht sich also tiefen lockerer oder nicht weil der schlepper hat einfach zu wenig leistung ist ich bin die Zappel hat nicht gedreht Robb ist ausgegangen so ist mir das scheißegal ist mir das scheißegal so was ist gewesen ich habe einen ja wir haben 13 kmh eingespart Leute ne 12 kmh ne ich hab da 64 kmh 11 kmh komm lass die ohne recht stellen konnten die nächste mal raus 11 kmh ähm haben wir eingespart haben wir eingespart 13 kmh ja äh aussie nebenbei ist dass du auch besser motiviert sind bis wir müssen noch 5 äh ach manno ein Vorschlag reisen folgen also ich bin und schnitt auch oder nicht was ja so und schnitter ja ja vier stelle alles heute ne das darfst du so so hh 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 den ganz höher noch auf Antotten worden kommt so ein bisschen ja da komme ich nicht nur das Wasserstoffe was ja ich war es der gewollte Gauzer und haben aber seit mehr hh ja da muss noch einmal Essen gehen auch mal so etwas zu schalten dort in der Schöne ist eigentlich zu der Zukunft weg er hat mich sogar groß die erste Stelle ich bin doch nicht ganz geballert leute das kann ich mir nicht leisten ja komm du hast auch 50.000 aber darum das hier ist auch eine feldverbindung vom allerfeinsten da geht hoch da geht es ein schlagloch da ist ein berg mittendrin fast aus wie bei der von der grisbach am ende nur noch ein bisschen schlimmer so broke leute hat mir so viel gebracht glöchern ist nicht ha 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 das ist man das ist einfach ja junge jetzt müssen wenn er fragt warum da liegt dann warum liegt ein baum ja der kommt nicht von mir ich hab jetzt den chat aufgemacht dann seht ihr ja das privat ist angeschrieben bin ich jetzt schon wieder verarscht worden du bist verarscht worden das sieht so klein aus wirklich jetzt war es bei der dritte leute ich äh ich werde jetzt einfach nicht sagen ich hoffe dass das gut geht ja loko geht das wir haben alles auf eine karte gesetzt wo ist es nicht so da hängen kurzen platter wieder ja wenn ich mich jetzt nicht da ist ja nur 20k leute das günstiger flug im sonder angebot ich habe idee da habe ich da gerade eingesetzt durch mieten weil das im angebot günstiger flug der mensch frisch von topi 8 rt wie viel was kurz anhängen drücken und dann hat sich das auch ach ja genau sagt die beiden ja das funktioniert ja gar nicht damit direkt sagt kack hier er ist funktioniert kursen 1 funktioniert nicht doch kurz geworden ja mit der kleinen doch nicht die du da hast aussehen in jährten schweiß als er kann mit 2 mal durchheizen hat so leute bitte bitte lasst es gehen oder ging das wenn da vor den tiefen lokalen 1 andere feldern hängen ich habe das noch gerade damit ich habe das noch gerade damit stimmt doch gar nicht was damit gearbeitet letzte folge ja ich habe vor dem gelockert dann habe ich ja dann es geht ja nicht ja also jetzt wissen ja ja das habe ich doch gefragt ja ja so und hier wichtige situation leute was bringt eier gerade noch 28 und jetzt werden sie verschärft ich brauche geld genauso 40.000 liter eier was ist denn das so liebe eilis gibt mir geld das ist doch eine wichtige situation ich sage mit welcher trille geht es auch noch fürs ansehen und gras ich hätte schon bock auf den johnny aber und noch ein 8 er hätte ich auch keine luste lust ist es macht ja schlapp wegen gegen gewächs ach nee komm da kommt keiner ein schepper ich brauche lieber noch ein feld oder sowas 112.000 euro das bei 2,8 jawohl also gerade mal schmackhaft 112.000 euro für drei teilen vorspül gemacht so ganz im ernst ist mir egal wie lange gefolgt geht es für jetzt die doofensjupernol verkaufen so und dann gibt es jetzt hier auch eine schöne scheiben enge also so also so naja wo geht es denn da lang ausi was wie wo was ihr habt gefragt ich darf da abkürzt wenn man zack ist der vor mir weg so ein spezieller feldweg kennst du den noch nicht nein das kannst du das ist einmal das da theoretisch wenn er vorne messerwalzen dran hat mache ich damit ja auch einen stoppelsturz oder nicht mit 6 meter oder mit so werden dann auch gleich mal ein bisschen upgraden die maschinen auch mann ich jetzt auf 6 oder größer also teuer dann erstmal bei 6 meter das geht noch vom preis ich auch überlegen das packen wir ja nimmst du denn naja pottinger jo schätze ich mal ollie kuhn aber ich hab das ganz sicher pottinger ist mehr natürlich auch mehr als sneak wenn sie jetzt auch im angebot zu verwehren ach die kuhn gibt es ja auch noch jo aber die ist komplett überteuert oh ne ich bin jetzt von der 6 meter vor der pottinger die ist auch 6 meter du brauchst ja nur den stammtank zusätzlich achso ja ja du brauchst 300 PS ok 3 was ist denn hier passiert leute gar nicht was ist denn hier passiert leute ich bin jetzt genommen ich war 133 im plus und jetzt bin ich 1300 minus tja bisschen traurig ich bin jetzt ich bin jetzt alles verarscht komm ich bin jetzt ich bin jetzt ich weiß nicht wie der reingekommen ist es fällt nach drei bahn sieht das schon ganz gut aus angesehen muss aber auch sagen würde schmeckt schwarzer sehr gut ja 12 meter dreimal 12 36 ist gut aufgewachsen und mal wieder sagen das ist einiges auch nicht zu leben ist da muss man groß und müssen wir schon denkt das ist alle ballen weg haben eine frau war nett und hat mir schießt nachos dabei gebracht garan schießt die blöde ja ja gut auch wenn ich selber zählst du noch den folgern verbrauchen neu kaufen das ist ein träumchen aber nicht so viel vorsehen kann bewusst ein bisschen vor ein bisschen länger macht auch jemand von euch ein guten einen guten tiefen lockerer der ist gemietet gefragt wenn man kurz gucken ist doch einiges was drin oder das verkaufen fahren und wie sieht es denn bei den jongen aus sagen es ist nur eine mission drin wo sagt man ja jetzt mal machen bei beispiel jetzt danke dass der andere auftrag gleich weg egal oder am 18 toll ich habe nicht überlegt ihr könnt ihr den kann ich nicht 58 wusste die 58 bitte hier wir uns nachher und so was hat er gleich rüber dann ist mein kontostand wieder ein bisschen besser junge ist auch immer so ewig kalt wenn ihr das anschaut das video leute im druck im sinne dauert das nicht mehr lange dass ich meine aus wie der weiß wieder k es wäre schön wenn könnte ich nicht auf den knopf drücken und die wer dem zeitpunkt wo die folge rauskommt wir können ganz aber nicht ist aus der sekunde fahrt motorrad rote 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 also ja was willst du denn was hast du dir platziert objekten da ist nichts also so als ob der lachs so ist jetzt du hast er wurde manuell geschockt da sie wie groß ist denn das feld junge naja so groß ist es endlos denn du bist noch auf den kurzen bahn million ich bin auf den langen bahn jetzt schon gewesen also sieht man keinen schaden an die gewächshause von schweizer ich würde es noch nie machen schweizer haben 10.000 gekostet also heißt das 20 prozent also von dort es kommt in 2000 ich habe mir laufen ständig herum hauptsächlich durch meine heilwände das ist ganz gut ja und da noch ein bisschen cash das so aber meine freunde ich würde sagen das war's mit dieser folge wenn das die folge von hat dass ich einen topsch nach schrauf hält das nächste vorbeibst haben daumen auf den tag und tschau tschau